und das ist ja wieder zurück bei ihm nur noch ein steil ist auch gesammelt und vielleicht gebrannt auch ein einstellt einstellt gebrannt und er schützt sie gestohlen die sie gesagt ich meine neuen noch meine restlichen bei entgegen das stein ziehen er hat noch ein bisschen heute nicht gebrannt wird es auch bei einer ich komme nicht auf die idee ich kann dir mal in die kommentare schreiben man kann noch keine minuten in ruhe stehen ohne dass man gekillt wird oder ohne dass jemand mal trollen möchte ich hab ihn nicht mehr mit zwischendurch aber dauernd geht sowas nur zum facken ich traue ja nicht dauernd ich hab ihn jetzt getrollt aus dem hab ich nicht getrollt ich hab dich mit dem pfeil abgeschossen und du hast halt wenig leben ich war toll dass ich mit einem schuss hatte ich nur noch einen herz cool dann hab ich einen ganz schön geilen bogen ja wenn du dann beim kämpfen noch in der Ecke stehen klebst ja wie es ist so denn auch nicht ich lege doch und das heißt nicht dass ich damit ausgeheben komme ich lege doch mit meinem PC schafft einfach mein ich bin ja wobei ich abhören wenn ich mich nicht mehr zu sehen sie haben die und und So, dann kann man direkt hier hineinmeißeln. So, dann kann man direkt hier hineinmeißeln. Ach, Menschenskinder. Was ist los, Christoph? Ach, nichts. Na dann. Zack, 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 zack. Der Server zieht halt irgendwie ein bisschen nach, hab ich so das Gefühl. So, na toll. Ich geh gleich wieder drauf, weil der Server lag nicht so dauernd zu spät, Damage Trigger. So, okay. Okay. Oh, ich hab's. Das ist halt schwer. Was lachtest du? Ich hab nicht gelernt. Achso. Ist das irgendwie fällig? So, dann brauchen wir noch. Ich brauch noch mal. So. Was ist dann hier so? Ich geh erstmal dafür, dass wir vielleicht die Umrandungen ziehen, bis wir dann hier daraus bauen. Obwohl, ne komm. Das muss sowieso weg, das muss weg. Bleibt, das muss weg. Was kommt denn gleich mit für neue Projekte? Nicht Gott. Kann man mal bilden. Labern kommen hier. Warum geht das nicht, wenn Rekord das oder we? Hä, irgendwas ist ja... Hä, irgendwas ist ja... Falsch. Oh, lol. Kann man dich jetzt erst... ... 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 runter steigen so kohle christoph ja die oder hast du laufen der kohle bestimmt ist ja christoph der obere stein gehört mir in dem ofen auf der rechten seite oben ja wo oben oben rechts rechts und 32 stein drin sind ich habe mein haus stimuliert ich bin voller freude reingestürmt und haben schweißen abmaßt man gelächelt das kilder war wohl zu nah dran so es ist wie früher die vier folgen um heute denn machen ja der freundlichen und mann woanders auch morgen wir haben heute montag heute kam eine folge oben oben auf die folge bis zum wochen und wochen, nächste wochen, diese wochen müssen wir ja wieder aufnehmen ich überlege aber gerade ob ich vielleicht uns am eingefolgen ein bisschen mit musik unterlege sechs davon zehn davon jetzt mal rück und 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 jetzt kommt es noch ein bisschen weiter. die 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 bauen hier auf höchsten Niveau dann sehen wir uns gleich wieder zur letzten Folge für diese Session bis gleich ciao ja